Also wir sind hier gerade am Bahnhof in Haslach, mit unseren Bikes und wir fahren heute nach... Straßburg. Genau. Und Straßburg ist der Stride Bike Park. Der ist Indoor und weil es hier gerade so voll verschneit und kalt ist, heute Morgen hatten wir minus 11 Grad, gehen wir dort hin. Genau, alter. Kurzer Zwischenstopp in Offenburg. Erstmal in Juffa, für die gesunde Nahrung. Gleich kommt noch Janik dazu und dann geht es weiter. Wir sind in Straßburg. Mal schauen, ob wir die Lage im Griff haben. Wahrscheinlich nicht. Schau mal, Mike. Komm. Mike hat übrigens Nike ID. Mk. Mstart. Er ist einer der Rich Kids auf Kinzigtal. Wir stehen hier jetzt eigentlich mit in der Scheiße. Das ist ein richtig. Nee, das ist ein cooler Wartner in der Osten. So, wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt über eine halbe Stunde gebraucht. Ich glaube, wir haben es auch in der Chez, in der Chez, in der Chez, in der Chez mit der Chez. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020